Unter dem Motto 20 Jahre nach dem Ende des Automobilwerks Eisenach kommen an diesem Wochenende Wartburg-Fahrer von nah und fern am Entstehungsort ihres Kultautos zusammen. Am 10. April 1991 war in Eisenach der letzte Wartburg 1.3 vom Band gelaufen. Samstag um 13 Uhr wird das Treffen offiziell durch den Oberbürgermeister der Stadt Matthias Doth eröffnet. Um 18 Uhr startet dann die große Ausfahrt rund um Eisenach. Die ersten Teilnehmer sind mittlerweile in der Stadt angekommen und wir haben sie mit der Kamera herzlich empfangen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017